Hey, willkommen zu Rantronfroger auf meinem Kanal Leute und ja, wie erwähnt gibt es mal jetzt die Lösung von der Schadenskarte aus Snobby Shores Leute und ich habe euch das schon mal markiert und zwar ist die Schadenskarte Snobby Shores hier in Haunted Hills Leute ich werde jetzt ein kleines Gameplay aufnehmen und ich werde euch jetzt den Stern holen und werdet ihr sehen wo der genau ist Leute und ja, ich fliege mal nach Haunted Hills, wir fliegen gleich auf das Haus zu Leute und dann kann ich euch gleich mal zeigen wo der Stern versteckt Leute ihr müsst den Stern nur einsammeln und dann habt ihr die Challenge schon abgeschlossen Leute, ihr müsst einfach hier hinfliegen und dann sehen wir hier auf dem Dach, also hier müsst ihr auf dem Dach ein bisschen raufkommen und dann sehen wir hier auf dem Dach den Stern den müsst ihr einfach nur noch einsammeln, müssen uns suchen und dann habt ihr die Challenge geschafft, oben links steht nochmal die Bestätigung dafür und dann wenn ihr es geschafft habt, könnt ihr schon die Runde beenden, also natürlich nicht liefen Leute, sonst wird die Challenge nicht gezählt dann einfach irgendwie sterben und ja, das war's dann von mir mit dem Video, ich hoffe euch hat es gefallen, lasst euch ein Like, eine Postwertung und aber dann vergessen für mich die Glocke zu aktivieren, das Video mit euren Freunden und Verwandten zu teilen Leute und ja, sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, haut rein, chillio, bye